Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel, herzlich willkommen zu diesem Unboxing Video. Wie man unschwer erkennen kann, geht es heute um Top Gun Marorick bzw. Top Gun 2. Endlich ist er im Heimkino erschienen, der ein oder andere hat den Film sogar schon ein paar Tage bis zu einer Woche früher erhalten, je nachdem wo er das Ganze bestellt hat. Ich habe bei Amazon bestellt und die liefern meistens immer nur wirklich zu Release Date, wenn nicht sogar manchmal eine Woche später. Ja, aber hier am Release Date habe ich mein Steepbook, mein 4K Ultra HD Steepbook mit Landikular zu Top Gun Marorick bekommen. Das packe ich jetzt mal aus der Folie aus, damit wir uns das Ganze gleich mal in Ruhe ansehen können. Vorweg, ich habe schon ein paar negative Dinge über dieses Steepbook gehört. Eins kann ich auch schon bestätigen und zwar der Spine, der sitzt nicht ganz mittig. Den Rest, den gucken wir uns gleich mal an. Ich muss auch sagen, wir gucken erstmal hier vorne auf die Front. Wir sehen, dass hier mit Klebestreifen und nicht mit Klebepopeln das Informationsdeckblatt befestigt ist. Das ist schon mal besser als diese Klebepopel, aber am allerbesten wäre es natürlich, wenn man da gar nichts dran klebt und die J-Card bzw. das Deckblatt einfach so mit beilegt. Und das werde ich jetzt auch hier mal entfernen und schauen uns dann zuerst mal hier das Deckblatt an. Wir haben natürlich ein paar Zehnbilder, wir haben eine Inhaltsangabe, wir sehen, dass wir über 80 Minuten Bonusmaterial haben, dass das Ganze die 4K Ultra HD mit enthält, was hier bei den technischen Spezifikationen vielleicht interessant sein dürfte. Die 4K Ultra HD hat hier auch im deutschen Tonformat Dolby Atmos mit an Bord, während wir, wenn ich das hier jetzt richtig sehe, auf der Blu-Ray kein Dolby Atmos haben. Da haben wir lediglich Dolby Digital 5.1 Surround und nur den englischen Ton in Dolby Atmos. So viel dazu. Das Ganze ist ab zwölf Jahren freigegeben und ansonsten haben wir hier ein ganz normales Deckblatt. Wir gehen zum Stebuck über und schauen uns hier mal dieses Lenti-Colar an. Wir sehen Marek, der hier in seinem Cockpit sitzt und so eine Überrolle macht, wenn ich das richtig sehe. Ich muss sagen, so von diesem 3D-Effekt her etc. ist dieses Lenti jetzt gar nicht so spektakulär. Es ist okay, da habe ich aber schon viele bessere Lentis gesehen. Ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache. Bei mir hat es jetzt vom Preis her nicht viel ausgemacht. Das Artwork bzw. das Cover-Design vom Stebuck selbst ist dasselbe, wie wenn ich es ohne Lenti geholt hätte und der Preis war der gleiche. Deshalb habe ich hier zum Lenti gegriffen. Wir entfernen das Lenti mal und gucken uns das Stebuck selbst an. Und das sieht schon wirklich verdammt nice aus. Wir haben hier doch schon so einen leichten Hochglanz-Effekt. Auch hier diesen Metallic-Effekt im Top Gun Marek Logo. Und ich finde dieses Design, dieses Cover-Artwork richtig gut gelungen. Ja, also auch der Druck, wirklich Bombe, wirklich alles schön scharf, wie es sein soll. Die Farben kräftig und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und viel, viel besser als das Lenti, das vorne drauf ist. Dieses magnetische Lenti-Colar. Und ja, gefällt mir vom Design her auf jeden Fall richtig gut. Wenn wir uns dann mal das Spine angucken, hier vorne kann ich jetzt eigentlich nichts erkennen, was mich stören würde. Wir gehen aber mal zum Spine über. Da sehen wir nämlich, dass dieses Top Gun Logo leider nicht ganz in der Mitte ist. Warum auch immer. Weil wir haben hier auch vom Cover-Design her kein durchgehendes Artwork, welches von der Frontseite auf die Rückseite übergeht. Deshalb verstehe ich nicht, warum man hier eventuell nicht das Top Gun Logo ganz mittig gesetzt hat. Ist jetzt aber für mich jetzt auch nicht der Weltuntergang, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber den einen oder anderen wird es schon stören, dass das jetzt nicht ganz mittig sitzt. Dann gehen wir nochmal rüber zur Rückseite des D-Books. Da haben wir dann dieses Design. Passt sich ganz gut an die Front an. Sieht auch wirklich schön aus. Auch vom Druck hier alles top. Hier unten haben wir schon Fingerabdruck. Weiß nicht, ob man den jetzt hier so gut sehen kann. Und ja, auf jeden Fall vom Äußeren macht das D-Book einen guten Eindruck. Wie gesagt, das Bein, das Logo, das ist da nicht ganz mittig. Aber ansonsten ist das hier äußerlich auf jeden Fall mal ein Top-Stil-Book. Wir schauen mal, wie das Ganze dann aussieht, wenn es geöffnet ist. Da sieht das Ganze nämlich so aus. Ich hoffe, durch das helle Design ist das Video hier nicht so dunkel, weil die Kamera schaltet hier auf dem Display ein bisschen dunkler. Ich hoffe, man erkennt alles gut. So im Gesamteindruck finde ich das gar nicht verkehrt. Das sieht wirklich toll aus. Wie gesagt, das könnte jetzt mittig sitzen. Aber so im Großen und Ganzen gefällt mir das Design richtig gut. Dann schauen wir mal rein ins D-Book. Und hier gab es auch ein paar Kritikpunkte. Und als erstes zum Beispiel, dass die Discs halt nicht so speziell designt sind, dass wir da jetzt keinen schönen Druck drauf haben. Das ist dann auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Ich meine, wer guckt sich denn die Discs wirklich an? Im Prinzip ist es immer schön, wenn die Discs cool bedruckt sind. Aber im Großen und Ganzen, wenn man ehrlich ist, ist das jetzt auch kein Beinbruch, wenn da kein Bild drauf gedruckt ist. Das ist wie gesagt auch dann schon Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, wir haben hier einmal die 4K Ultra HD, einmal die Blu-Ray Disc. Die werde ich jetzt mal entfernen. Und wir schauen uns mal das Innendesign an vom Steelbook. Ich finde es vom Druck her auch gut gemacht. So von der Schärfe, von der Farbgestaltung her. Hier habe ich gehört, dass das Bild verschoben sein soll. Und wenn ich genau hingucke, sehe ich hier im Spine-Bereich, dass hier wirklich ein Millimeter hier das Bild vom Spine selbst ein bisschen verschoben ist. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn man was kauft, dann will man für das Geld auch ein perfektes Produkt haben. Aber das sind hier so Dinger, da sucht man wirklich das Haar in der Suppe, weil das ist hier wirklich minimal und würde eigentlich schon fast gar nicht auffallen mit den Discs. Das ist auch Meckern auf hohem Niveau, sich darüber zu beschweren, dass die CD nicht bedruckt ist, die Disc nicht bedruckt ist. Das ist auch schon, muss jeder für sich wissen. Und das, was ich jetzt hier bestätigen kann, was ein bisschen ärgerlich ist, ist tatsächlich, dass man hier das Logo auf dem Spine nicht mittig gesetzt hat. Außen ansonsten ist das wirklich eine Top-V-Ö. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Steelbook findet. Wie findet ihr Top Gun Marrowick? Für mich ist es jetzt, wo es auf Ende des Jahres zugeht, immer noch einer der besten Filme, der dieses Jahr erschienen ist. Und wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Aktiviert dann auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benni. Ciao. 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 Vielen Dank.